Du hierst Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. Die wurden nicht mehr irgendwo ein Eid, ein Aussehen. Die wurden für Gott gestohlen. Und sie wurden gerecht von all dem, was in der Bibel geschrieben steht, was da aufgemacht wurde, für Gott. Und sie wurden gerecht von all den Menschen, die ihren Namen im Lebensbuch haben. Das ist ein sehr interessanter gerecht. Das ist ein gerecht für die, die an Jesus gelebt haben. Die an Jesus gelebt haben, den ernommen wird im Lebensbuch eingedroht. In das Lebensbuch wird da aufgemacht worden. Und die Menschen, die ernommen, die benen haben, die haben ein Anrecht auf das gerecht. Die, die ernommen, die nicht benen sind, die haben kein Anrecht auf das gerecht. Die können einfach verloren, sagt die Bibel. Die kommen nicht nur vor dem Rechter. Die sind alle gerecht. Willst du nicht an Jesus gelebt haben? Dort sind es gerade genug, nicht an Jesus zu leben. Ich lebe, dass ich das nicht neidisch habe, dass Jesus für mich gestorben ist. Dass es so ein großer Sinn, dass ich das, wenn es nicht mal in Anrecht habe, gerecht zu werden. Herr Jesus, ich lebe an dich. Und ich danke dir, Herr, dass du bist in mein Wort gekommen. In dem Wort von so vielen Tauhierers. Und wann werde ich noch nicht abgenommen haben oder noch nicht an dich gelebt haben. Schenk ihm die Not, an dich zu leben. Busset du deine Ewa-Sine-Sünde, deine Vergebung anzunehmen. Dort ans Nome am Bug des Lebens steht. Dort beten wir an die Nome, Jesus. Amen. Warte, am nächsten Mal. Met Hoppungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Oe. Töp, mocht wie die Nome Jesu gerade schriebe über Paraguay in der Welt. Kontaktier uns unja info arroba jesusresponde.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017